Die Arbeit Tropical Explosion ist entstanden aus einer Beschäftigung im Allgemeinen mit Pflanzen, im Speziellen mit tropischen Pflanzen, unter Beobachtung, wie diese Pflanzen oder wie Pflanzen im generellen Raum einnehmen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben, also dass sie Räume oder Orte wieder überwachsen, die nicht von den Menschen gepflegt werden, auch wenn sie davor hergestellt worden sind, wie sie sich durch den Beton brechen, wie sie bestimmte Orte überwuchern können und andererseits aus einer Beschäftigung mit absperrenden Objekten im öffentlichen Raum, Objekte, die Barrieren bilden und so Grenzen ziehen oder Orte, unzugänglicher machen. Ich nenne diese Objekte Verhinderer, also sie verhindern quasi einen freien Weg oder sie verhindern die Möglichkeit, an einen bestimmten Ort zu gelangen. Ich war vor zwei Jahren auf einer Reise in Thailand und dort hat meine Faszination für diese tropischen Pflanzen ihren Anfang genommen, weil es mich wahnsinnig fasziniert hat, wie dort im öffentlichen Raum an Orten, die jetzt nicht per se genutzt werden, sofort Pflanzen aufgetaucht sind, die diese Orte dann überwuchert haben und wie sie sich ihren Raum nehmen oder wie sie durch den Beton brechen oder wie sie sich Platz schaffen, um wachsen zu können. Und die Beschäftigung mit den Verhindern ist schon seit längerer Zeit Teil meiner künstlerischen Praxis, weil mich diese Objekte als Objekte sehr interessieren, aber auch was sie mit uns Menschen tun, also was sie verhindern oder wo Barrieren gebildet werden und wofür Barrieren gebildet werden und einfach die Frage danach, wie weit wir immer mehr eingeschränkt werden oder wie weit wir Sicherheitsanweisungen befolgen müssen und der Entscheidungsraum dadurch auch irgendwie eingeschränkt wird. Ganzber Metallurgisch Aufmerksamkeit Untertitelung des ZDF, 2020